Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer, ja, neuen Folge Wolfenstein, wo wir hier irgendwie in einem Gefängnis jetzt sind und, ja, ja. Können wir hier irgendwie hoch? Ach. Oh man. Oh. Guten Abend. Oh shit, ich glaube, wir sollten ihm möglichst bald helfen. Ah, wir können hier hoch. Yay. Das ist mal geil gemacht. Linke Maus, rechte Maus. Oh oh. Können wir... Sollte Soldaten hängen an diesen Kabeln. Ah. Schneller. Können wir ihn jetzt auch noch? Perfekt. So. Abgestöpselt. Solche wie dich habe ich schon in Totenkopfslaboren gesehen. Guten verkabelten Maschinensoldaten hier. Oh 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 oh. Schnell. Das ist der Nächste. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Puh. Ähm. So. Wenigstens kann man die recht schnell abstöpseln. Oh oh. So. Jetzt schnell. Das dauert aber auch, bis es unten ist. Von der Energie her. Puh. Jetzt der gute ja noch weg. Puh. Das ging ja einigermaßen gut. Trotzdem wäre eine Waffe oder irgendwas ganz nett. Hm. Nun gut. Auf jeden Fall eine geile Konstruktion hier. Das ganze Gebiet. Ah. Die Karte. Da vorne laufen. Oh oh. Mein Gott. Panzerhunde. Ich hoffe, ich kann die überraschen. Okay. Ah, super. Jetzt schnell. Oh Gott. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig. Geh runter, Energie. Jetzt schneller. Schneller, 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 schneller. Und ausschalten. Oh Gott, war das knapp. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon links weg. Ich sehe gerade, ich krabbel die ganze Zeit. Kann man das sich dann irgendwie umstellen? Muss ich mal gucken dann. Weil ich habe die Steuerung am liebsten, dass ich C gedrückt halten muss. Kann man den jetzt ausschalten auch? So, perfekt. Können wir uns das... Ah. Das ist der Nachteil an diesem Teil hier. Man läuft ultra langsam. Wirklich ausweichen ist nicht mit dem Teil. Oh, oh. Oh nein, 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 nein. Oh, verdammt. Na super, da ist auch noch die Waffe leer. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass der bis hier nach vorne kommt. Sonst haben wir jetzt ein echtes Problem. Oh Gott. Komm schnell. Geh aus, geh aus, geh aus, geh aus. Puh. Puh. Hier sind ganz schön viele von denen. Man, das sind echt nicht besonders angenehme Gegner. Obwohl man sie so leicht überwältigen kann. Oh, oh. Am besten... Lassen wir schon mal die Waffe ein bisschen warm laufen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay, also den Kampf sollte ich im Normalfall lieber sein lassen. Kann man die Waffe irgendwie weglegen? So. Oh Mann. Soll ich den jetzt nochmal trotzdem ausmachen? Man weiß nie, wofür man es braucht. Okay. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo ein bisschen Energie? Yay. Ich glaube, wir sind durchgekommen. Puh. So, weit so gut hier. Ah, nein, nein, nein. Nicht die Tür. Puh. Super. Und jetzt? Ah. Ich hoffe mal, hier kommen jetzt nicht mehr solche Viecher. Vorerst zumindest nicht. Oh, oh. Wo war das? Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Zweifelst du etwa ihre Motive an? Natürlich nicht. Es ist nur... Sie ist Oberstdorferin der Spezial. Sie haben nur zum Wettbewerb. Hm. Weißt du, ist jetzt über zu setzen? Nein, aber wir können nicht auch der Stelle erschießen lassen. Klar. Hier kommen wir irgendwie nicht lang. Na, super. Mist. Aber hier war doch eben noch Energie, oder? Habe ich hier... Aber ich habe die doch gerade eben gesehen gehabt. Ach, hier. Okay, aber wir heilen uns sowieso voll. Müssen wir hier... Ah, ich sehe es. Das ist deutlich mehr so Kletterpassagen. Als im... The New Order. Okay. Es sind aber verdammt viele Wachen unterwegs. Was ist das? Sammelbares Gold? Okay, da kommen wir her. Okay. Okay. Oh, Mann. Puh. Gut. Aber da hier eh gerade ein Speicherpunkt war, würde ich sagen, mache ich hier eine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einer neuen Folge The Old Blood wieder. Also dann. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020